Und damit herzlich willkommen zu Worldwide Spider-Man 1 mit dem Busskopf-Joker. Finale im Bootshaus dieser Kampagne steht an. Und wird dann... Da werden wir uns nicht lange aufhalten, das wird wieder lustig, spannend, interessant und mit einigen Fels verbunden sein, wie ihr das von mir gewohnt seid. By the way, ich nehme immer eine Kampagne am Stück auf. Boah, leck. Deswegen Tipps zu bestimmten Kampagnen, falls ihr die erste Folge seht, ist schlimm, aber ich kann die Tipps nicht mehr annehmen, weil... Naja, ich die halt immer am Stück drehe. Allerdings Gewiefen. Wow. Hoit. Ja, hoit. Komm weg. Äh, leck mich. Fuckin' Smoker. Penner, hinter der Tür versteckt, ey. Panther. Yo. Woher habe ich mich eigentlich gehalten? I don't know. Fuck you. Weg. So, das Bootshaus, wo müssen wir denn da hin? Hier ist Licht, da ist es gut. Ich nehme Tabletten. Ah, hier lasse ich doch. Munition. Oh, das ist schön. Was soll denn hier Pillen mitnehmen? Ich nehme Tabletten. Ja. Moment, ich will jetzt das Haus noch mal raven, ich will das Haus noch mal raven, ey, muss ja noch irgendwas sein. Hier durch. Oder? Oder? Ich glaube, ich will das Haus noch mal raven, ich will das Haus noch mal raven, ich will das Haus noch mal raven. Es ist nicht so, ich will das Haus noch mal raven. Heutzutage. Ach, ich bin es gut. Ich bin es gut. Oh, du bist mir ein paar miteinander. Oh, du bist mir dann... Ja, Francis, ich weiß das. Au, nice. Hier gibt's Verbandszeug. Verbandszeug ist gut. Seine Narzen nicht so easy. Könnte nützlich sein. Deckung bitte! Ach so, sie halt schon. Okay, auch gut. Sehr schön. Ja, haben wir wenigstens das geklärt. So, Riverside Park. Ach, ich vergaß, hier müssen wir noch weiter. Ja, ich vergaß. Ich vergaß, ich vergaß. Hier wird nicht gecampt. Ja, komm. Oh, spiel. Jetzt weiß ich aber, warum ich diese Kampagne nicht mag. Aus Wald kommt Hause von diesen Viechern. Boah. Nerv. Wieso musst du jetzt verdammt noch mal lecken im nächsten Spiel. Super. Oh, Mann. Ja, klasse. Toll. Oh, das geht ja gar nicht, ey. So, Spiel, ich werde jetzt... Willst du jetzt aufhören zu lecken? Fuck, Spiel. Dankeschön, Fuck, Spiel. Gut gemacht. Oh, so, nee. Sorry, Leute. Das hört mich auf, ey. Ich weiß nicht, dass ich hier die Kampagne nicht wirklich mag. Sowas geht mir dann noch richtig auf den Sack. Okay, das sieht doch noch fein aus. Wir sind in der Sack. Wir sind in der Sack. Wir liegen bei deinem Fischerboot bei Riverside vor Anker. Erste Hilfe! Oh. Munition! Ja, ich kann nicht hören, aber Zeug Zeug, Zeug ist gut Mhm, gut zu wissen Und irgendwas sagt mir, hier sind doch bestimmt noch Ja, gehen wir nicht auf den Sack Bevor ich hier nicht noch ein paar Benzinfässer oder so weit gefunden habe, mache ich hier Werten aber überhaupt nichts Aber Bad luck, I guess Das Spiel Das Spiel möchte mir keines von Das ist sehr dumm Gut, Spiel Weißt du was, dann leck mich So, folks, gather around, please Ja, wenn du mir auf den Sack gehen willst, dann mach weiter So, jetzt Hallo, hallo Wir wollen zum Militätsstütz von Fluss aufwärts Wir können euch in 10 Minuten abholen Bewerfet euch und sagt Bescheid, wenn's losgehen kann Mh Wollen wir tun, aber Höfst du über Bereit Ja, schon, aber Sag, wenn wir euch einsammeln können Ja, ist doch gut jetzt Super, gibt uns 10 Minuten Du hast eins geschützt Du hast das fucking geschützt Geschützt Da Ja Los Oh. Ich nehm das Rohr, bitte. Okay, das habe ich nicht gewonnen. Also, an das Geschütz, goddammit. Fucking collision. Okay, das geht. Ja, das ist schön Oh, der Tank Wo ist er? Ja, da hast du Fuck, daneben Au Kleine Mist Fuck Hallo, ich will von dem Geschütz wegklappen Naja, hat ja glücklicherweise nicht mehr so viel gebraucht Los, Mädel, jetzt ist zum Verarzen Ja, ich will von dem Geschütz wegklappen Ja, ich will von dem Geschütz wegklappen Ja, ich will von dem Geschütz wegklappen Ja, ich will von dem Geschütz hat Ja, ich will von dem Geschütz raus Ist denn mit dem sie Dramat WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich glaube ich bin weiß, ne, ich bin nicht mehr gefahren, ich sag gerade nicht. Äh, warte, wie seid ihr überhaupt alle hin? Goddammit. Und wie lange braucht das fucking dort? Ich hätte gedacht sie werden das Berlin der Ecke wahrscheinlich sehen. Au, 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 au. Oh, 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 oh. Du solltest dich versorgen, Francis. Oh, du scheiß Blume, wo bist du? Das ist dein Tank. Boah, wenn man es einen mag. Und da ist ein fucking behinderter Smoker. Smoker! Smoker! Tank! Die Lunte brennt! Yeah, fuck yeah. Au! Oh! Kleine Muskeln. Jetzt weg, scheiß Tank. Oh, finally! Das Boot ist da, gehen wir! Jo, sehe ich in dich. Grundbewegung. Keine Zeit verlieren. Ja! What the fuck? What the fuck? Du scheiß Boot, fahr'n bisschen schneller, wenn's geht. Los, ich will da rein. Das ist dein Ding! Das ist dein Ding! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Thank Jesus! Ah, da können die Ruhmhauen, ey. Spassen! Die Überlebenden konnten fliehen. That's nice. Ja, das war schon die dritte Kampagne von Left 4 Dead 1. Und ja, wir werden uns dann demnächst wiedersehen für die nächste Kampagne. Und ja, mal gucken. Bis die Tage. Bye, bye.